Stellen Sie sich eine außerordentliche Sitzgarnitur vor, die nicht nur ein wahrhaft einzigartiges Design besitzt, sondern auch besonders bequem ist. Schauen wir uns das Corfu Set näher an. Im Gegensatz zu den würfelförmigen Sitzgarnituren hat das ergonomische Corfu Set ein einzigartiges, abgerundetes, zeitgenössisches Design mit flexiblen Rückenlehnen. Das Set besteht aus einem Tisch, einem Sofa und zwei Sessel. Doch ist das nicht alles. Das wetterfeste Corfu Set ist völlig wartungsfrei und dadurch ideal für den Innen- und Außenbereich. Und dieses ratternartige Meisterwerk wird sich nie auftrennen, ausfransen, rosten oder verbleichen. Verwandeln Sie Ihren Garten in einen trendigen, stilvollen Lounge-Bereich. Ketter, die Ich-Mache-Selbst-Show